Ja, wer sich fragt, warum wir hier eigentlich mit so einem Pfannenwender unterwegs sind, das ist ein Wortspiel und zwar Wender. Pfannenwender wie das Wendermodell. Deswegen laufen wir hier mit einem Pfannenwender und einem Mikrohalter rum und interviewen auch einfach mal Leute so ganz random. Entschuldigung, darf ich dich für YouTube fragen. Wie ist dein Fazit für diese Veranstaltung? Ich bin ein Zollanbieter. Deswegen hast du kein Fazit zu der Veranstaltung? Nee, nee, okay, okay. Alles klar. Also der gute Raphael ist leider beschäftigt. Dann versuchen wir mal noch mal weitere Teilnehmer zu finden. Entschuldigung, darf ich dich für YouTube nach dem Fazit zu der Veranstaltung fragen? Mal ganz allgemein gefragt. Würdest du sagen, die Veranstaltung hat sich für dich gelohnt? Ja, absolut. Also der Smalltalk mit den Teilnehmern hier ist für mich immer sehr, sehr wichtig. Ich lerne daraus sehr, sehr viel. Also das ist das Entscheidende für uns. Die Vorträge sind natürlich super, aber das Entscheidende ist für mich wirklich dieser Smalltalk mit den Teilnehmern hier. Dein wievielder ASK ist das? Der fünfte. Oh wow, der fünfte schon. Dann gehörst du ja praktisch schon zu den Veteranen hier sozusagen. Das letzte Mal war glaube ich vor drei oder vier Jahren gewesen, aber jetzt fand ich es wieder richtig spannend. Also ein Kollege ist auch mit, Head of E-Commerce aus unserem Haus und der fand es auch super klasse. Also wir nehmen was mit und können gleich auf der Zugfahrt noch viel darüber sprechen. Ja, das ist ein sehr schönes Fazit. Also würdest du ganz grundsätzlich sagen, du kannst die Veranstaltung empfehlen? Absolut. Absolut. Wir sind nächstes Jahr wieder dabei. Super, vielen Dank. Gerne. Ich schreibe auch eine Newsletter zweimal im Monat rund um die Themen Digital Marketing und E-Commerce. Der ist ganz einfach zu abonnieren unter plec.de slash Newsletter. Jetzt eintragen. Ja, hallo Christian. Du bist ja auch schon ein ASK-Veteran. Ich glaube bei dir ist Nummer 11. Du bist einer der wenigen, die zwölf mitgemacht haben. Also praktisch vom ersten Mal dabei. Was mich interessieren würde, jetzt haben wir zwölf Iterationen vom ASK. Wie haben sich denn die Themen vom ersten zum heutigen verändert? Tatsächlich gar nicht. Nur die Performance der jeweiligen Vortragenden ändern sich. Also wenn wir früher über Listingqualität und ähnlichen gesprochen haben, da waren die Beispiele sehr weit im unteren Bereich und heute kommen die Vortragenden einfach mit viel qualitativeren Beispielen um die Ecke. Aber durch die Änderungen, die Amazon immer wieder einführt, egal ob es jetzt A-Plus-Premium ist, Videos oder ähnliches, musst du halt immer wieder dranbleiben. Ansonsten sind die Hygienefaktoren einfach so hart wirkend, dass dein Listing, obwohl es qualitativ gut aussieht, schon wieder im niedrigen Bereich ist. Das heißt, durch die Grenzverschiebung bleiben viele Themen gleich. Nur der Umgang damit, der verschiebt sich. Ja, Amazon hält uns ja sozusagen mit diesen Maßnahmen immer busy und deswegen machen ja auch solche Formate wie der ASK absolut Sinn für den Austausch. Wie siehst du denn oder wie bewertest du denn die obere Spitze derjenigen, die sich in der Zwischenzeit, ich sag mal im deutschen Mittelstand oder deutsche Marken, wie hat sich das verändert? Also wir haben eine höhere Selbstreflexion. Früher waren ja im Schwerpunkt nur die umsetzenden Mitarbeiter hier, die dann versucht haben, ihr Tagesgeschäft in den Griff zu bekommen. Mittlerweile sind aber auch deren Chefs, Teamverantwortlichen oder die ganz oben, die hohen Entscheider mit dabei, weil einfach die Realisation da ist, dass du ohne Amazon oder mit einer falschen Amazon-Strategie mehr Schaden anrichtest und die Ignoranz gegenüber Amazon also wirklich schadhafte Wirkung hat, statt nur positiven Wirkungen. Wir schützen den stationären Handel. Das funktioniert nicht mehr, das haben wir jetzt immer wieder dabei. Das heißt, da hat man einen starken Switch hin, dass da wirklich eine Änderung ist von dieser Wahrnehmung, ey, wir machen es falsch, wir müssen es ändern und dann sind hier natürlich die besten Netzwerkeffekte. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Die Wichtigkeit des Kanals Amazon, man sieht es an den Teilnehmern und an den Marken auch, die hier sind. Nichtsdestotrotz sind, glaube ich, noch relativ viele Key-Account-Manager oder Markenverantwortlichen ein bisschen zurückhalten, was den Kongress betrifft. Was würdest du denn als Argument mitgeben, warum es sich lohnt, zum ASK zu kommen? Na, erstens ist es keine Dienstleister-Veranstaltung. Das heißt, hier wird nicht im Schwerpunkt auf Sales-Pitches getrunken, sondern die meisten der Speaker sind ehemalige Teilnehmer oder die Marken, die gerade vor denselben Problemen stehen und ob das Problem jetzt ein 16-Milliarden-Problem ist oder ein 1-Millionen-Umsatz-Problem. Das Problem ist dasselbe. Build-Management, Content-Management, Advertising-Management, Chargeback-Fees. Ja, ob ich jetzt 100 Euro zurückhaben will über einen guten Prozess oder eine Million zurückhaben will über einen guten Prozess, der Prozess ist derselbe und dadurch ist es völlig egal, ob du klein oder groß bist, aber hier kriegst du die Informationen von den Leuten, die das tagtäglich umsetzen und nicht diese normale Situation, ja, wir wollen dir das hier schönreden oder jenes und deswegen sind auch so viele Anwender da oder die Chefs, um dann zu wissen, das muss ich meinem Team delegieren, weil das funktioniert. Als alter Amazon-Veteran hast du ja schon viel gesehen, viel gelernt, aber gibt es noch etwas, was du auf diesen Kongress für dich mitgenommen hast, was für dich vielleicht neu war? Ja, wir haben überragende Erstteilnehmeranzahl, das war jetzt über 30 Prozent, das heißt, das Thema kommt in immer mehr Branchen und Bereichen immer noch als neu rein. Und wenn man dann überlegt, wir machen das jetzt schon über sechs Jahre, das ist kurios, also das heißt, die Durchdringung ist nicht da, das heißt, die Relevanz für diese Veranstaltung ist immer noch hoch da und was wir mittlerweile sehen, was wirklich überragend ist, dass wirklich ehemalige Teilnehmer, die so im Schnitt fünf bis siebenmal da sind, mittlerweile Teamleads sind, das heißt, die Qualität, der Teamaufbau, die Wahrnehmung in den Unternehmen, die steigt immer noch so immens und die schicken dann ihre Mitarbeiter plötzlich her, wo sie früher noch selber machen mussten, wissen sie einfach, hier kann ich jemanden hinschicken und was wirklich überraschend ist, ist, mit was für Lösungsansätzen einige um die Ecke kommen, um, ich sage mal, diese, ich will jetzt nicht sagen, Straferwartungshaltung und Amazon ein bisschen ausmanövrieren oder Amazon gegen sich selber auszuspielen, das ist schon sehr clever, weil die Vertriebssituation, die Logistikssituation bei den meisten Ventoren endlich klar geworden ist, Hybrid war eine Übergangslösung, ist nicht die Lösung für viele und dann werden neue Lösungen, andere Lösungen etabliert und da kommen hier immer mehr mit Ideen um die Ecke, wo man einfach nur sagt, okay, darauf wäre ich nicht gekommen, virtuelle Bundles einfach massiv auszurollen im Amazon-Kanal und daraus einfach ein Standbein zu entwickeln, auf die Idee alleine zu kommen, ist super, super Ansatz und die ganzen logistischen Situationen damit einfach vom Tisch zu wischen, auch die Kanalprobleme einfach zu eliminieren, weil das Bundle gibt es halt nur auf Amazon, da kommen schon coole Sachen um die Ecke und von groß bis klein, selben Probleme, selbe Lösungen und das ist halt das, was einen immer wieder überrascht, weil das kann jeder adaptieren in die eine in die andere Richtung. Ja, absolut, der offene Austausch hier finde ich auch außergewöhnlich gut, die Teilnehmeranzahl, dass es eben keine Dienstleisterveranstaltung ist, auch ich nehme jedes Mal etwas Neues mit und in diesem Sinne würde ich sagen, ASK auf jeden Fall ein Besuch wert, gutes Fazit in diesem Jahr. Ja, hallo Josef, auch dich möchte ich begrüßen zu einem Kurzinterview zum ASK, ich würde dich gerne fragen, wie dein Zwischenfazit ist nach den zwei Tagen, wobei es fast kein Zwischenfazit mehr, aber erst mal, wie oft warst du denn schon dabei? Es müsste das sechste Mal jetzt sein mittlerweile, ja doch schon, nee, wir sind schon Stammgäste und wenn ich oder der Lukas, der heute mit mir mit dabei ist, nicht da sind, dann ist jemand anderes aus dem Team da, also es ist eigentlich immer jemand von uns wirklich vertreten. Und wie ist dein Fazit jetzt so kurz vor Ende des zweiten Tages? Wirklich richtig gut, also ich hatte jetzt beim Mittagessen noch mal einige Gespräche, ich glaube, speaker-technisch war es selten so gut wie dieses Jahr, also dein Vortrag war super, wirklich aber genauso auch von Gardena oder was wir sonst, was wir gehört hatten von Edding vorher zum Beispiel, natürlich wieder super, mega gut präsentiert und so und das, nee, macht Spaß, wirklich sehr, sehr gut. Ja, und bei euch gab es ja auch wieder eine Besonderheit, ihr wart letztes Jahr einer der ersten ASK-Awards-Gewinner und auch dieses Jahr wieder ausgezeichnet worden. In welcher Kategorie habt ihr denn den Award dieses Jahr mitgenommen? Ja, wieder für den besten Markenauftritt, wir sind wirklich super stolz darüber. Es war natürlich witzig, weil ich die eigene Laudation dafür erhalten durfte und nicht wusste, dass wir aber Gewinner sind. Nee, wir sind wahnsinnig stolz darüber, wirklich, genau, vielen Dank auch noch mal an die Jury in der Runde und nee, wirklich cool, sehr, sehr cool. Wenn du vielleicht einen Tipp, eine Essenz, wenn ihr Markenauftritt als Beste beherrscht, gibt es denn irgendeinen Top-Tipp? Das Hauptthema, ich hatte es gestern auch in meinem Vortrag, ich glaube, man muss wirklich versuchen, Amazon zu verstehen, wie Amazon tickt und welche Möglichkeiten Amazon bietet und diese versuchen zu nutzen und es ist eben so, Amazon ist meist komplett anders als alle anderen und das musst du einfach verinnerlichen, verstehen und das eben versuchen dann zu nutzen, genau, was Brandshop angeht, was genauso aber die DSP oder sonstigen Möglichkeiten angeht und dort versuchen, deine Story wirklich durchzuerzählen, genau. Aber selbstverständlich, Hauptthema, ganz klar, ist das Thema Content auf der Artikel-Detail-Seite. Ich bin überzeugt davon, du kannst noch so schöne Banner und sonst irgendwas irgendwie machen. Conversion zählt und da hat die Marke den meisten Traffic und dort gilt es, gut unterwegs zu sein. Wer sich von den Zuhörern mal anschauen will, was der damit meint, einfach mal einhell bei Amazon suchen, dann bekommt einen sehr schönen Eindruck davon, was gemeint ist. Vielleicht abschließende Frage noch, was ist aus deiner Sicht eins der wichtigsten oder das wichtigste, Thema 2023 in der Zusammenarbeit mit Amazon? In der Zusammenarbeit, würde ich gar nicht sagen, in der Zusammenarbeit, sondern unser Fokus definitiv Conversion-Optimierung. Das ist ein sehr wichtiges Thema, es ist aber auch teilweise wieder schwierig, an welchen Parameter machst du es genau klar? An der Conversion machst du es fest, aber wie willst du es tracken, wie willst du es messen, wie willst du die Optimierung messen, da sind die Methoden leider beschränkt oder die Möglichkeiten eingeschränkt, aber definitiv für uns gilt es noch besser zu werden im Content und Conversion-Optimierung ist für uns absolut der Fokus. Danke dir. Wir nehmen uns nicht immer so ernst, deswegen sind wir auch auf TikTok, phil.plc. Let's go. Also ich habe den Michael von Gardena bei mir, dem ich jetzt gleich meinen Pfannenwender, das Wortspiel Wender, unter die Nase halten werde. Michael, dein wievielder ASK ist denn das jetzt bereits? Das ist mein vierter Amazon-Self-Kongress und dieses Jahr aber auch das erste Mal als Speaker. Erstmal als Speaker. Ja, dein Vortrag, muss ich sagen, war sehr gut, hat auch mich inspiriert, hat mir was mitgegeben, was ich besonders gut fand an deinem Vortrag ist. Erstens hast du gesagt, Build on the Basics, ja, Oldies but Goldies, die Basics sind einfach wichtig und zweitens aber auch, du hast herausgestellt, wie wichtig es ist, auch Change Management zu machen und damit hast du eigentlich eine Rolle eingenommen, die wir hier nicht so häufig gesehen haben, über das nicht so häufig gesprochen wird. Aber vielleicht nochmal darauf einzugehen, was sind denn deine Highlights? Ich habe jetzt gesagt, das war auf jeden Fall ein Highlight von mir, was waren denn deine Highlights, die du von dem Kongress mitgenommen hast? Ich fand tatsächlich den Vortrag von Martin Holpe sehr gut, der nochmal auf die Verhandlungsstrategien von Amazon eingegangen ist. Der hat natürlich aufgrund seiner Erfahrungen als Vendor-Manager da natürlich eine Menge zu erzählen, das war sehr beeindruckend. Auch der Kollege Marc von der Firma Edding hat einen tollen Vortrag zum externen Traffic und wie man den messen kann und was für Hintergründe es braucht und was für Benefits man dadurch generieren kann. Den fand ich ebenfalls sehr, sehr gut. Ja und du hattest ja sogar die Ehre, am ersten Tag zweimal auf der Bühne zu stehen, denn du dürftest eine Laudatio halten. Da muss ich auch nochmal sagen, das ist dir sehr gut gelungen. Man kann kaum glauben, dass du eigentlich nicht öfter auf der Bühne stehst. Das scheint dir ein Gebot zu sein. Aber du hast die Laudatio, aus welchem Grund hast du die nochmal halten dürfen? Ich habe die tatsächlich deshalb halten dürfen, weil wir letztes Jahr den gleichen Preis gewonnen haben, nämlich für das beste Listing. Da war ich sehr, sehr froh. Das hat viel Arbeit gekostet. Auch nochmal ein großes Dank an mein Team, die das nämlich der SMO auch möglich gemacht haben. Und ich freue mich vor allem für den jetzigen Preisträger, nämlich die Firma Vihar, die das dann ebenfalls toll umgesetzt hat. Okay, also du würdest sagen, unterm Strich, vollkommen gelungener Kongress und du bist beim nächsten wieder dabei oder was ist dein Fazit? Das ist auf jeden Fall mein Fazit. Der Austausch hier auf diesem Kongress ist eigentlich durch fast nichts zu ersetzen. Du triffst unglaublich viele Experten, Leute, die wirklich auch wissen, wovon sie sprechen, aber eben auch viele neue Leute, die du mit inspirieren kannst für das Thema und das kannst du hier auf dem Amazon Kongress super, super umsetzen. Also Michael, abschließende Frage noch. Was ist denn dein Fokusthema für die nächsten zwölf Monate in der Zusammenarbeit mit Amazon? Ich denke fast die gleichen wie in den Jahren zuvor, aber Verfügbarkeit ist sicherlich ein Prio-Thema auf Amazon, aber auch auf Herstellerseiten. Das Thema Profitabilität ist etwas, was im Auge behalten werden sollte und die aktuellen Veränderungen auf Amazon-Seiten genau zu beobachten, denn dort tun sich ja gerade sehr, sehr viele Dinge, die Europäisierung und was alles damit einhergeht. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Jahr, mit Sicherheit. Vielen Dank Michael, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst, unten einen Kommentar da lassen, wenn ihr Themenvorschläge und Fragen rund um Amazon und Vendor Central habt. Und ansonsten, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann Daumen hoch, auch kommentieren und natürlich abonnieren. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.